Liebe Zuschauer, heute geht es wieder los. Endlich. Nach dem Mittagsgeläut erklingt Orgelmusik zur Mittagszeit. Hier eine halbe Stunde innehalten in der Oberkirche. Und viele, viele Menschen werden ihren Weg hierher finden. Und sie kommen rein und lassen für eine knappe halbe Stunde den Alltag hinter sich und haben Begegnungen mit der anfänglichen Stille im Raum und mit der Musik. Auch mit einigen Worten, denen nachzudenken dann auch wieder Begegnung ist. Und auch mit den anderen Besuchern hier und schließlich auch die Begegnung mit sich selbst und dem zur Ruhe kommen. Und anschließend geht es wieder in den Alltag mit neuer Kraft. Liebe Zuschauer, werden wir uns hier auch begegnen? Ich freue mich darauf und lade Sie herzlich ein.